das buch kann ich mal nicht so voll laufen lassen würde ich sagen gold koil was macht das überhaupt das was sagt heißt du magnetic magnetic unit gmp maschine ok ja gut das ist jetzt hier nicht so dann haben wir noch hc electric engine und ein converter tier 3 upgrade ja nimmt es mit natürlich also ich meine ich kann das meint das kann man daraus kraft die gold koil machst meinst du dann sagst doch gleich keine ahnung können ja noch mehr sachen geben hier im ersten tempel da klopft hallo so mäßig jetzt er hat er hat er hat ja kleiner mini zum floppy disk protector bei fred hat floppy disk ja er ist heiße las hier nein das ist alles so was ist drüben noch was fällt aber da ist auch nichts da ist dann noch was in welche richtung bist du eigentlich nach norden so dann kann ich ja auch alles das ist mir gut geht es nur dings werden so safari netz zwei bordel ganz gewonnen habe ich habe iridium gefunden ich habe und die wischen ziegel also ich habe auch gefunden ich habe auch in die wischen ziegel gewonnen aber du hast den bilderswand gefunden ja das auch man der bilderswand ist cooler als alles andere gute polgern auch wohl über den bräunen unbedingt weiß aber und schon die mitte ich will ohne zwei etagen habe ich auch durch komisch kommt schon ich will noch ein herz haben die scheiße typen dark green color was weiß man das ist ich habe keinen platz mehr doch hier habe ich noch platz großartiger raum hier ist schon wieder spins vorderstrait und merl habe ich noch gefunden die schallplatten ist so wenig platz ich glaube ich mache hier ein portal hin und dann komme ich zurück wenn wir hier wieder hinkommen ja gut dafür ist das eigentlich ganz nützlich ne das mache ich jetzt mal ich mache da schon mal ein portal hin hier das eine grüne und das rote liene da drüben genau ich will es jetzt wenigstens noch komplett durchgucken deswegen bin ich ja hier boah hallo skedette boah wie eine armee da einfach auf einem steht und tschüss wie ist nicht mal ein spawner doch warte endlich wieder zurück es gibt doch nichts schöneres als nach in der perl das urlaub von kann ich aber nicht mitnehmen in der portalgang von der portalgang mod ja in der perl das ja der bringt nichts an sich liegen gut und sein i system schmilzt immer noch durch ne gut ich mache mal die festplatten noch ein paar wochen nicht ein paar stunden dauert es vielleicht ja das meinst du mal die festplatten automatisieren automat die kaffee vollautomaten in götz die muss ich jetzt leider durchschreddern damit die zu thamal expansion werden weil das sind industrial craft items die will ich nicht in meinem inventar haben in meinem system meine ich hier drin ja bildersworn ist schon mal eine geile sache ach komm gib mir ein bildersworn jetzt ja ich kann ja sagen du kriegst die portalgang nicht ich spiel die portalgang ja nicht das ist aber eine bankengun müssen wir uns keine herstellen ich muss jetzt einfach hier die zombies ausrasten die richtig hart eskalieren ja jetzt warten noch so bevor sich ja jetzt reicht es aber langsam da geht das ja nicht und rät hart noch ein paar was ich habe schon 42 von den kann oder sie ist ein stück die muss ich mal offscreen formen weil ich kann die nicht automatisieren ich werde viel davon brauchen und deswegen ist von dem erzeugnis oder was von dem erzeugnis von granola sieht die granola sieht brauchst du ja das erzeugnis davon gibt es ja kein erzeugnis die droppen sich selbst die vervielfältigen sich genauso wie weizen halt also wer die sieht es halt also die vervielfältigen sich und dann musst du halt die dinge in den grinder reinschmeißen dann bekommst du labyrinth brauche ich damit ich die die zahnräder benutzen kann und nur dann gehen wir sein der etage noch tiefer und dann haben wir alles ddg großer raum jahren von wir haben vierte wie schon ziegel können für ziemlich alles erstellen aus dem götz was wir wollen film können können Die Schäwe 1, 2. Ach jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. sechs stück wie sie ist denn der raum hier die elf habe ich gewonnen und die 13 noch mal noch mehr kann und das sieht man schon gut dann habe ich eine hälfte schon mal durch können die küsse jetzt hier wieder abbauen was für eine kiste meine kiste hier ich habe mir gerade eine kiste gemacht ja ja die kann ich mir so privatisieren ja die können jetzt ach die kann ich nur mit dem kürzen thema abbauen was man muss das also es ist eine eigene sachen mann wir finden es doch nicht hier liegen nur zum mikrofon es kann nicht das war es wenn sie nicht mehr können da kommen meine persönlichen sie noch nicht in diesem ist kommenden hälften gut ich komme jetzt mal wieder zurück vor allem mein bilder swan kommt da rein toll tja ist ja meiner ja vielleicht wenn du lieb fragst leichte ihn dir vielleicht mal für ein paar stunden aus genau ganz genau so geht das büte büte ne enderman 80 herzen sterb und tot ich kann die enderperlen nicht mitnehmen ich habe jetzt angst wenn ich die kiste sortiere dass mein minecraft oder abstürzt kann die enderperlen nicht mitnehmen brauchst du ja nicht bring doch nix jetzt habe ich den endermann immerhin getötet weil ich einfach nur weggeflogen bin ok dann geht es hier und dann geht es hier wieder hoch ok jetzt komme ich mal zu mir das kommt da nicht rein da habe ich eine sache vergessen egal jetzt kriegst du hier erstmal deine vordelgang guckst du da guckst du weiter guck nicht ich muss aber noch mal in die start noch mal rein gehen kurz toll wird ja gar nicht meine farben müsste es aber eigentlich haben bitte hätte fahrradkette ja weil ich sie aufgenommen habe bestimmt es steht ja halt eine neue deinen farben weil das ist ja scheiße ich kann doch nicht reingucken was ist das für ein scheiß da hast du pink und blau nein ich habe lila und gelb die habe ich vielleicht ist bei mir die konfliktdatei weg ich habe nichts ungewöhnliches egal ich legst du da rein ich habe die blassblau und grün ja das ist zu krass wieder blassblau mal was anderes so ist das dass das da ist ja ja dann eine diamante platte nein jemand meinen jemanden meinen jemanden so kohlen storage cluster machst du so wie viele herzen haben wir denn jetzt schon hast du schon eingetan 12 herzen bauter machen wir uns jetzt mal machen wir uns mal herzen oder herz container machen wir die jetzt noch ich weiß nicht machen wir jetzt nicht mal die machen wir beim nächsten mal dann würde ich sagen weil wir jetzt jetzt schon bei der zeit sind um aufzuhören hat genau gepasst würde ich sagen ja ich sage noch mal das sei ein das sei das sei ein das sei ein im sturm du musst du ach mal nicht stecken und kann so ist das auch ein solster durchs video ist das video eingetan bei mir toll ja mal ich meine übte ist doch meine du bist du dich die kiste da reintunst kann ich eigentlich abbauen Kann ich die abbauen, ich weiß nicht Mit der Spitzhacke schaffst du es nicht Mit der nicht Das habe ich nämlich auch schon ausprobiert Nee, geht nicht Mit dem Hammer? Nee, mit der Schaul Mit der Axt Mit der Portalgun, warte mal Nee Nee Nicht mal wenn ich OP bin Also OP bin Du bist nicht overpowered Nee, OP halt OP halt, weißt du was ich meine Operator System Aber wenn ich Operator bin, kann ich doch auch da reingucken Nö In der Zylkraft Äh Ähm Ding kann man reingucken Ja, die denken halt nicht so weit mit Ich habe jetzt die Festplatten automatisiert Storage Cluster Storage Blocks Storage Segment Hast du schon ein Gemacht, oder? Nein, ich gucke gerade, ob ich die ganzen Rezepte richtig gemacht habe Wo sind denn die Torches? Torch, Torch Also Storage Cell kommt zuerst Dann kommt das Segment Ah ja, ich will jetzt das Video in die Goldkiste Wenn du das Buch hast, ey Kann das sein Jetzt geht's los Hier geht die eigentlich Oder müsste das eigentlich passen? Ah, dann jetzt Strongbox Okay Dann gehen die Ah Ja Nicht Strongbox Ich bestelle mal eine Festplatte Mal gucken, ob es macht Eine Strongbox Oder nee Die muss ich machen Ich habe mal eine Kiste Oh Gott Nein Und Chess War eine Und dann Das da So, ich habe jetzt auch eine fertig Bam, meine Meins Oh, private Ja, meine You told have lost your hand Aber du kannst ja auch machen auf Restricted Kannst du es auch stellen Da kannst du jetzt reingucken Ne Restricted kannst du reingucken Oder? Guck mal Kannst du reingucken Hast du mich da in diesen Guy geedit? Ja, eigentlich schon Guck mal, ob du reingucken kannst Nö Äh, wie macht man das nochmal? Was, wenn Keinsten Kombinationen waren das nochmal Ich weiß Du musst eingeben Slash Irgendwas Slash Koff Friends Geil Off Off CoF Und dann Friends Ne Ne, nicht so Nein, ich weiß auch nicht Ist egal Ich hatte das eigentlich gemacht Aber irgendwie Das war auf einer Kopie Stimmt Auf einer Kopie Egal Ich Sowieso meine privat Ich tue ihn da rein Nix Genau Das ist ein Video Das kommt da rein Oh Also meine Video Meine zwei Video Kommen da rein Ich habe auch zwei Wahrscheinlich die Portugal Jetzt auch reintun Aber die hast du ja schon Die Seiten da Haben wir da so viel von Die haben wir noch nicht Da ist jede Menge Scheiß drinnen In der Kiste Gib mir mal Ich baue noch eine Kiste Wir haben schon 17k Holz 17k Holz Nur von einer Sorte Ja vom Oakwood Ja Deswegen sage ich ja Das Ding braucht nicht mehr Weiter zu produzieren 17k Holz Gut dann Will ich aber jetzt Wirklich mal sagen Wir machen jetzt Schluss Ich mache jetzt endlich Mal den Boden zu Ich habe keinen Bock mehr Hier drüber zu springen Das nervt mich Dann mach mal hin Mal hilf ich dir sogar Oha, Marcel hilft mir Krass Ja, das hier kann man Nicht anders Die Cover lässt du weg Sowieso ein anderer Boden rein Gut jetzt habe ich ja noch Ein Goldapfel und ein Apfel Der Apfel kann weg Der Gold abbehalte ich Ach genau Die Clover Flower Was macht die denn so Ja Ja Oh Nix Glow Flower Leuchtet die oder wieso? Gerade nochmal testen Draußen der Tag Toll Ja, die leuchtet Okay Haben wir das auch geklärt Ah, wie komme ich jetzt nicht wieder raus? Die Musik ist so ein Scheiß Was macht der denn hier jetzt? Naja, ich mache nur schnell nur was Der macht tausende Bessi Prozessoren da unten Wie tausende? Ja, keine Ahnung Ich mache da ein paar Ich mache eine Festplatte Eine 64 Schöne rein Goldapfel da rein Charles and Jude da rein Also selber machen Ja, kann es sich herkaufen Am nächsten Mal muss ich mir dann ein Schwert machen Das dahin Die Sword dahin Gut, die Chisel lasse ich mal Die Smelterie will ich gerade noch fertig bauen Dass die endlich mal fertig ist Die steht da so alt fertig rum Also wir sind jetzt gerade am Ende schon Seit 6 Minuten Bei mir nicht Bei mir stehen wir erst bei einer Stunde 54 Und du warst nur 5 Minuten weg 5 Minuten Wenigstens Wenigstens Ja Wir sind jetzt schon 20 Minuten 26 Minuten drüber Eigentlich schon Krass Dann können wir eigentlich Den Heifestring ausfallen lassen Und gleich noch eine Woche aufnehmen Ne Da hat er keinen Bock mehr Ne Ne, da habe ich heute keinen Bock mehr drauf Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß nicht Ich mache jetzt Schluss Überlegen uns das Nächste Woche Okay Morgen wisst ihr Bescheid Ne, heute Abend eigentlich Ich will nur kurz nach dem Reaktor gucken Ja, da muss man neuer Neuer Fuel rein In den guten Reaktor Das kann man ja im Leistung machen Ja, da muss ich den zu niedrige Prozessor mal bauen Ja, nö Den brauchen wir nicht Doch Doch, den mache ich Nee, komm, wir gehen rüber, dann können wir noch Dann können wir uns nochmal vergiften lassen Sehr gute Idee Aber als wäre er seine Seine coole Brücke zeigen Nee Ja, habe ich gebaut Ne, habe Brücke gebaut Den Eingang hier muss ich noch machen Ich schlack mir immer noch den Kopf an Guck mal, die sind gewachsen Ich weiß noch nicht Oh Ist es hier nicht immer noch zu hell für die? Nö, die wachsen schon Siehst du da Aber ob sie abgeerntet werden Hab ich keine Ahnung Doch Ja, abge... Ja, gut Der Aluminium-Busch wurde gerade geerntet Gut, dann, ähm Und hier muss noch ne ordentliche Decke rein Das sieht ja hier nur aus Ja, wir müssen dann hier sowieso noch einen höher machen Oh, ho, 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 ho Hä? Ja, der Server meckert mit mir rum Beziehungsweise mit dir Mit dir meckert er rum Yay Okay The Cake have moved wrongly Star Killer moved wrongly Okay Okay Dann Sag du jetzt mal dein Ende Ja, ich lasse noch die Festplatten durchlaufen Dann haben wir beim nächsten Mal schön Festplatten Und dann, ja Und dann sagen wir jetzt Tschüss Hier aus unserer schönen Farm Und, ja Bis heute Abend Und nächste Woche Ja, ja, bis irgendwann dann Ja, dann Tschüss 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 Ja, wahrscheinlich Ja, gut dann Jetzt ist aber Schluss Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020